Hallo liebe Freunde der digitalen Unterhaltung und herzlich willkommen hier wieder bei Heinz Gaming. Es ist Sonntag, Zeit für ein neues Video zum Thema Anno 1800. Bevor wir damit aber so richtig durchstarten, heute einen ganz kleinen Augenblick, um ganz ganz herzlich von meiner Seite Danke zu sagen. Warum Danke sagen? Wir haben es innerhalb dieser Zeit, in der ich jetzt hier meine Videos produziere, geschafft, unsere Community hier schon auf 80 Abonnenten zu bringen. Und das macht mich irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, schon ein bisschen stolz, denn mir macht das total viel Spaß, diese Videos zu produzieren, zu recherchieren, auszuprobieren und dann für euch zu veröffentlichen. Und mich freut es aber natürlich umso mehr, dass ich das nicht einfach nur für mich hier so mache, sondern dass ihr damit auch was anfangen könnt und dass ihr Spaß an meinen Videos habt. Und deswegen habe ich mir was ausgedacht, wenn wir es also in der nächsten Zeit schaffen, diesen Kanal hier auf über 100 Abonnenten zu bringen. Also sobald wir die 100 Abonnenten erreicht haben, mache ich ein Abonnentenspezial oder ein 100 Abonnentenspezial vielmehr. Und da gibt es ein Gewinnspiel. Ja, ich habe mir was Kleines ausgedacht, was ich verlosen könnte, passend zu meinem Kanal hier, Heinz Gaming. Und erzählt also euren Freundinnen und euren Freunden, die auch Anno 1800 spielen, von meinem Kanal hier. Macht ein bisschen Werbung, sagt denen, dass die gerade mal abonnieren und auch die Glocke anklicken sollen. Und dann erreichen wir sicherlich die 100 Abonnenten hier, unsere Community, ganz, ganz schnell. Und dann gibt es das 100 Abonnentenspezial mit Gewinnspiel. Jetzt geht es aber los hier mit unserem Anno 1800 Tutorial. Heute zum Thema Einsteiger-Guide-Handelsrouten. Viel Spaß dabei. So, und da sind wir auch schon wieder. Und heute soll es, wie gesagt, um das Thema Handelsrouten in Anno 1800 gehen. Und zwar nur um die basischen Handelsrouten, keine Charterrouten, keine Ölrouten. Und wenn du schon etwas professioneller in dem Game unterwegs bist, weil du das schon länger spielst und sagst, hey, wie das geht, warum ich eine Handelsroute einrichte, wie ich die einrichte, das weiß ich schon alles. Mich interessieren nur dann die fortgeschrittenen Einstellungsmöglichkeiten. Dann guck mal unten in der Videobeschreibung, da gibt es eben Timestamps. Da kannst du dir genau auswählen, ab welchem Punkt du dir dieses Video anschauen möchtest. Wir starten aber jetzt durch mit dem Komplettprogramm. Und zwar schauen wir uns als erstes an, warum soll ich so eine Handelsroute überhaupt einrichten, was ist das, wie mache ich das Ganze und dann kommen wir eben zu den fortgeschrittenen Einstellungsmöglichkeiten. Und wir legen mal direkt los mit der Frage, warum soll ich eigentlich eine Handelsroute einrichten, was ist das überhaupt, was bringt mir das. Und zwar ist es so, wenn wir uns hier unsere Heimatinsel anschauen, da gibt es ja bestimmte Ressourcen immer drauf. Ihr wisst ja schon, wir haben schon Kartoffeln angebaut, wir haben auch hier schon mal Getreide angebaut, auf der Insel kann man hier hinten schön sehen. Aber wir bräuchten jetzt Bier. Ich habe hier hinten schon mal entsprechend die Bierproduktion aufgebaut, aber wir brauchen, um das Bier herzustellen für unsere Bevölkerung, damit es ein bisschen mehr Geld gibt, Luxusbedürfnis erfüllt wird, brauchen wir jetzt Hopfen und Getreide als Grundrohstoffe. Das Getreide haben wir, wie gesagt, ja hier auf der Insel, aber den Hopfen nicht, das können wir hier schon sehen. Wir müssen also jetzt irgendwo hin auf eine andere Insel, kein Problem, habe ich mich schon darum gekümmert, habe hier oben so eine kleine Insel mir ausgesucht, ganz knuffig und hier habe ich schon mal drei Hopfenplantagen hingebaut. Die produzieren jetzt also eifrig Hopfen, weil hier auf der Insel Bay gibt es entsprechend die Fruchtbarkeit Hopfen, also kann das hier hergestellt werden. So, jetzt sind wir nämlich genau bei der Problematik angekommen. Wie bekomme ich meinen Hopfen jetzt von dieser Insel auf die andere? Klar, ich könnte mir einfach ein Schiff schnappen manuell im Hafen, ich habe hier noch eins stehen, gehen wir mal gerade mal gucken, hier genau, da steht also das Schiffchen Seepferd und mit dem Seepferd könnte ich jetzt hier hochfahren auf die Insel, könnte da den Hopfen entsprechend einladen, könnte wieder mit dem Seepferd manuell hier runterfahren, könnte den Hopfen wieder ausladen und das kann ich immer mal wieder im Spiel machen. Aber, könnt ihr euch schon denken, ist natürlich super aufwendig, wenn ich das jedes Mal jetzt demnächst für jede verschiedene Ware, die ich irgendwie durch die Gegend fahren will, auch noch in die neue Welt, auch noch in die Arktis und dann demnächst ins Land der Löwen und weiß der Geier wohin. Das wird ein bisschen unübersichtlich und auch sehr aufwendig und deswegen gibt es da eine Möglichkeit, das Ganze zu automatisieren und da sind wir jetzt beim Stichwort Handelsrouten. Schauen wir uns also an, wie man so ein Ding einrichtet. So, wenn wir jetzt so eine Handelsroute einrichten wollen, dann müssen wir erstmal ins Handelsroutenmenü kommen und das klappt, indem ihr hier unten mal auf eure Karte guckt und unterhalb der Karte, da sind drei so Knöpfe. Da gibt es einmal Weltkarte, in der Mitte Diplomatie und genau hinter mir, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, genau hinter mir ist der Knopf Handelsrouten bzw. Routen heißt er einfach nur. Wenn ihr da drauf drückt, dann kommen wir hier in dieses Handelsroutenmenü und wir wollen jetzt eine neue Route einrichten, nämlich von hier oben, von der Insel Bay runter auf die Insel Isla YouTube Tutorial, um den Hopfen dementsprechend dahin zu produzieren. Und wir klicken auf Route einrichten und haben jetzt drei Sachen zur Auswahl. Handelsrouten, das ist das, was wir gleich machen wollen mit einem eigenen Schiff. Charterrouten wäre, ihr habt kein eigenes Schiff und liest euch quasi ein Schiff, das kostet dann natürlich Geld bzw. ab der vierten Charterroute auch Einflusspunkte oder eine Ölroute, also wenn ihr dementsprechend Öl durch die Gegend fahren wollt. Wollen wir alles nicht, wir wollen eine Handelsroute und deswegen klicken wir da jetzt drauf. Und dann öffnet sich dieses Handelsrouten-Einrichtenmenü. Ganz oben kann ich einen Namen eingeben. Nennen wir mal Hopfen Alte Welt. So, dann weiß ich wenigstens, wenn man hinterher viele Handelsrouten hat, verliert man sonst leicht den Überblick. Ich nenne das jetzt mal so. Man könnte jetzt auch noch die beiden Namen der Inseln da hinschreiben, Bay-YouTube Tutorial, wie immer ihr das wollt, ist egal. Hier auf das große Plus gedrückt wird ein Schiff hinzugefügt. Wir hatten gerade gesehen, im Hafen steht noch das Schiff Seepferd. Das nehmen wir dafür jetzt einfach mal. Und man muss jetzt wissen, welche Schiffsart wie viele Ladekammern hat. Also die kleinsten Schiffe, diese ganz günstigen, die ihr am Anfang bauen könnt, die haben zwei Ladekammern. Dann so ein Flackschiff hätte drei, die großen Handelsschiffe vier und wenn ihr später Dampfschiffe habt, dann haben die sogar sechs. Wir haben jetzt also hier eins mit vier Ladekammern. Kann man hier auch mal sehen, wenn ihr mit dem Cursor da drauf geht, sieht man einmal, wie viel Leben die haben. 2.500 von 2.500 und Frachtplätze hat das Ganze vier, wenn es sich um einen Clipper dreht. Okay, es geht weiter. Was müssen wir jetzt machen? Klicken Sie auf eine Insel, um eine neue Station hinzuzufügen. Alles klar, wir gehen hier oben hin. Wir wollen da anfangen. Hopfen, Fruchtbarkeit, Insel Bay. Da haben wir unsere drei Plantagen hingebaut. Ich klicke da drauf und schon wird diese Insel in mein Menü übernommen. Ist also super easy das Ganze. 2. Halt soll hier die Isla YouTube Tutorial sein, denn ich möchte ja den Hopfen da wieder ausladen. Nächste, was wir machen wollen, wir müssen jetzt einstellen, was soll dieses Schiff denn von der einen Insel zur anderen transportieren. Entladen kann ich noch nichts. Hab noch nichts eingeladen. Also klicke ich hier auf die Schaltfläche klicken, um zu laden. Klicke da drauf und bekomme jetzt eine Übersicht aller Waren, die ich zu dem Zeitpunkt des Spiels zur Verfügung stehen habe. Und wähle jetzt hier meinen Hopfen aus. Ja, den finde ich hier. Neun Stück habe ich da schon auf der Insel. Hab ich ausgewählt. Jetzt beschwert er sich hier schon, diese Ware wird nie entladen. Klar, müssen wir ihm noch mitteilen, wann er das machen soll und wo er das machen soll. Entladen wollen wir ja auf der Isla YouTube Tutorial. Und dann klicken wir eben jetzt hier nicht wieder auf die untere Schaltfläche. Muss man ein bisschen aufpassen, das geht schon mal schnell schief, wenn man sich nicht konzentriert. Sondern auf die obere klicken, um zu entladen. Und jetzt sieht man, wir haben 50 Hopfen und 50 Hopfen, die entsprechend erst geladen und dann wieder entladen werden. Wenn ihr das so einstellt, wie ich jetzt, dann fahrt ihr diese 50 Hopfen von der einen Insel zur nächsten. Und wenn ihr keine 50 Hopfen da habt, dann fährt der zum Beispiel nur 27 Hopfen durch die Gegend. Also der fährt hoch zur Insel, guckt, wie viele Hopfen ist da, lädt alles, was da ist, ein. Maximal 50. Und fährt die dann runter zu der anderen Insel. Und damit wären wir jetzt auch schon bei den fortgeschrittenen Einstellungsmöglichkeiten. Was kann ich denn jetzt noch alles so machen bei so einer Handelsroute? Wenn euch das so reicht, klickt ihr einfach auf Annehmen, seid fertig, das Schiff fährt los. Können wir ja mal gerade machen. So, schauen wir mal gerade in den Hafen. Und jetzt sieht man schon hier, unser Seepferd macht sich schon auf den Weg und wird jetzt Hopfen transportieren. Jetzt gucken wir uns mal an, was können wir denn noch alles da einstellen. Also was gibt es hier für vielfältige Einstellungsmöglichkeiten. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich will aber nicht, dass dieses Schiff die ganze Zeit immer nur dämlich hin und her fährt, sondern das soll quasi so lange warten, bis es auch wirklich die 50 Hopfen vollgeladen hat. Also nicht einfach nur das mitnehmen, was auf der Insel gerade da ist, sondern warten, bis 50 Hopfen ist. Dann ist dieser erste Knopf hier vorne von Interesse für euch. Wenn man da mit dem Cursor drauf fährt, steht da auf Waren warten. Wenn es aktiviert, wartet das Schiff, bis alle Waren dieser Station geladen hat. Wenn ihr das jetzt anklickt, dann würde das Schiff jetzt hochfahren, was es ja gerade tut, und an der Insel Bay so lange warten, bis es wirklich die Ladekammer mit 50 Hopfen voll hat. Und sobald das der Fall ist, fährt es dann runter und entlädt es wieder. Fährt danach wieder hoch, wartet wieder bis 50 Hopfen da sind, fährt wieder runter und so weiter. Das kann manchmal ganz hilfreich sein, wenn ihr zum Beispiel so eine Handelsroute, ich sag jetzt mal, in die neue Welt habt. Und da sind die Schiffe ja sehr, sehr lange unterwegs, wenn die von der alten Welt erstmal in die neue Welt fahren müssen. Gerade bei Segelschiffen ist das der Fall. Sodass man da meistens mehrere Schiffe auf eine Handelsroute setzt, damit einfach ein kontinuierlicher Warenfluss zustande kommt. Und wenn dann nach einer gewissen Zeit die Schiffe alle so aus Versehen in einer Reihe fahren, das kommt immer mal wieder vor, ist super nervig. Ja, und dann kommt das erste Schiff an, lädt also unten auf der neuen Welt zum Beispiel jetzt hier Wolle ein. Keine Ahnung, oder Baumwolle, sagen wir mal Baumwolle ein. Lädt die ganzen 27, die da sind, ein, fährt los. Das zweite Handelsschiff fährt blöderweise direkt dahinter, kommt da unten an. Es ist keine Wolle mehr da, keine Baumwolle, weil das erste Schiff, die ja gerade alle schon geladen hat. Also lädt das nix und fährt dem zweiten Schiff wieder hinterher. Und dann kommt stundenlang gar kein Schiff mehr, weil die zwei ja die ganze Zeit hinterher fahren. Total dämlich. Und dann kann man das schön einstellen hier, dass das Schiff eben wartet, bis wieder 50 Baumwolle da sind und erst dann losfährt, sodass das Ganze so ein bisschen effizienter voneinander vonstatten geht. Macht total Sinn in dem Moment. Eine Sache muss man dann beachten, ihr braucht dann verdammt viele Lagerplätze. Ihr solltet also genug Anlegestellen bauen in der neuen Welt beispielsweise, damit eben diese wartenden Schiffe, nicht anderen Schiffen, die Waren laden wollen, die noch vorhanden sind, dann den Anlegeplatz klauen. Also baut dann auf jeden Fall genug Anlegestellen. Ja, das war der erste Knopf. Der zweite Knopf, Fracht entsorgen. Wenn aktiviert werden Waren, die nicht entladen werden können, über Bord geworfen, um Platz für neue Waren zu schaffen. Was es damit auf sich hat, ganz einfach. Stellt euch vor, ihr wollt jetzt eine Handelsroute möglichst effizient ausnutzen. Und ihr wollt jetzt von dieser Insel Bay den Hopfen zur Isla YouTube Tutorial fahren. Und auf der Rückfahrt soll die Ladekammer aber nicht leer sein, so wie das jetzt ist, sondern da wollt ihr wieder was transportieren. Macht ja Sinn, um das Ganze auszulasten. Wir wollen also zum Beispiel, und dann klicke ich hier unten auf Laden, ähm, nehmen wir mal an Bretter, ja. Ihr braucht da oben Bretter, um da noch gewisse Dinge zu bauen und wollt da immer ein regelmäßiges Bretterkontingent haben. Dann klickt ihr hier auf Laden Bretter, hier oben wieder auf Entladen. Jetzt würde auf der Hinfahrt Hopfen transportiert, auf der Rückfahrt Bretter transportiert. Aber, wenn ihr den Hopfen runterfahrt und auf der Hauptinsel hier, YouTube Tutorial, ist euer Hopfenlager voll, weil ihr da schon so viel Hopfen reingeknallt habt, dass die das gar nicht mehr alle so schnell weggearbeitet oder wegproduziert bekommen. Dann käme dieses Schiff jetzt mit 50 Hopfen da an, kann nur 23 entladen, weil dann das Lager der Insel voll ist, behält die restlichen 27 in der Ladekammer, weil es die eben nicht entladen kann, und fährt wieder nach oben. So, dann kann es natürlich keine Bretter laden, wie ihr das jetzt eingestellt habt. Und wird es auch nicht. Es wird dann also den Hopfen wieder mitnehmen und die Bretter eben nicht laden. Und so kann es sein, dass ihr nach einer gewissen Zeit, wenn ihr eben einen riesen Hopfenüberschuss auf eurer Hauptinsel habt, nie mehr Bretter hochfahrt und dann habt ihr auf einmal eine Bretterknappheit oben. Und damit das nicht passiert, könnt ihr jetzt auf der Isla YouTube Tutorial diesen Knopf Fracht entsorgen drücken. Ja, und das macht dann folgendes, das schmeißt dann die restlichen 27 Hopfen, die es nicht entladen kann, das Schiff, einfach ins Wasser, um wieder Platz zu haben, um Bretter zu laden. Ist eine Möglichkeit. Wenn ihr sagt, Hopfen ist mir egal, habe ich so viel von, schmeißt das ruhig dahin. Hauptsache, ich habe immer genug Hopfen, was ja dann sichergestellt ist, wenn das Lager voll ist. Auf den Rest ist mir egal. Da scheiße ich dann in dem Moment, ja. Dann schmeißt ihr das dementsprechend ins Wasser. Und dann ist es gut. Wenn ihr sagt, nee, das ist aber irgendwie blöd. Ich will nicht meine Waren da im Wasser haben und die dann quasi verschenken, ja. Weil ich habe dafür ja auch Rohstoffe produziert, habe da ja was für eingesetzt. Und das will ich einfach nicht. Ich will nichts verschwenken. Verschwenden. Mein Gott, verschwenden. Dann könnt ihr den dritten Knopf, den es hier gibt, drücken. Auf die Löschung warten. Dann macht das Schiff nämlich folgendes. Das fährt mit den 50 Hopfen auf eurer Insel. Entlädt die ersten 23. Merkt, das Lager ist voll. Und bleibt dann so lange da stehen, bis es die restlichen 27 Hopfen auch entladen hat. Müsst ihr für euch wissen, bei welcher Handelsroute das vielleicht Sinn macht. Aber das wären diese drei Knöpfe, die ihr hier entsprechend noch einstellen könnt. Vielleicht noch ein Wort zu den verschiedenen Handelskammern oder Frachtkammern hier. Wie gesagt, mein Schiff hat vier. Wenn ihr da jetzt theoretisch hier irgendwie fünf Frachtkammern einstellen würdet, dann wäre es so, dass die fünfte bei diesem Schiff, deswegen gibt es hier oben das Ausrufezeichen, einige ihrer Schiffe haben nicht genug Frachtplätze, um diese Route vollständig zu beliefern. In dem Fall hätte ja keins meiner Schiffe, weil ich nur eins drauf habe, eine fünfte Kammer. Deswegen würden die Kartoffeln hier einfach nie transportiert werden. Hättet ihr jetzt auf der gleichen Insel auch noch ein Dampfschiff, was sechs Kammern hat, dann würde immer das Dampfschiff die Kartoffeln noch mitnehmen. Dieses Klipperschiff hier, das Segelschiff, aber nicht. Muss man sich einfach nur darüber im Klaren werden, dass dann eine Ware vielleicht weniger transportiert wird. So, was kann ich noch machen? Es gibt noch ein ganz, ganz spannendes und gutes Feature. Und zwar gucken wir jetzt mal auf diese Karte hier drüben, wo man jetzt ja meine Handelsroute hier schon sehen kann. Von hier oben nach hier unten. Und wenn man das so eingestellt hat, unsere Handelsroute, wie wir das jetzt gemacht haben, dann fahren die Schiffe immer auf direktem Weg. Man sieht also hier so eine Gerade auf direktem Weg dahin. Das ist nicht immer gut. Ich habe jetzt das Glück bei diesem Spiel hier, dass die Piratin Rahel mit ihrer Insel ganz, ganz links ist. Also ganz im Westen ist diese Insel. Und die wird also mit ihren Schiffen, klar fährt die zwar auch rum, aber wir fahren jetzt mit unseren Schiffen nicht direkt an der Pirateninsel vorbei. Manchmal ist das aber so. Oder ihr seid jetzt beispielsweise, nehmen wir mal an, ihr seid jetzt mit dem Gelben hier im Krieg, ja. Also mit dem George, mit dem Lieben. Habt dann Krieg angezettelt, ja. Und jetzt fahren eure Schiffe immer wieder am Hafen dann auf direktem Wege hier am George vorbei. Und die beballern natürlich eure Handelsschiffe ganz, ganz dolle. Macht keinen Sinn. Dann kann man folgendes machen. Ihr seht hier zwei so weiße Nippel an der Route, ja. Und mit diesen zwei weißen Nippeln könnt ihr jetzt genau einstellen, wo eure Schiffe langfahren sollen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier mal den Hinweg nehme und ziehe einfach mal den Nippel jetzt hier hin und lasse den da wieder los, dann sieht man, dass die jetzt auf dem, das ist nicht der Hinweg, sorry, sondern der Rückweg, dass die jetzt auf dem Rückweg die Schiffe nicht mehr beim George vorbeifahren würden, sondern hier am, der grünen Insel vorbei, ja, beim Malching. Und auf der Hinfahrt wollen wir das natürlich auch nicht, dass die da längs fahren. Dann ziehe ich den auch hier hin. So, und jetzt würden die Schiffe immer östlich am Malching vorbeifahren und kommen eigentlich überhaupt nicht mehr am George vorbei. Und somit habt ihr schon mal ein viel, viel kleineres Risiko, dass die Schiffe dementsprechend angeschossen werden. Ja, und das macht bei so einer Pirateninsel natürlich genauso Sinn. Ja, und man kann das hier also sehr, sehr differenziert einstellen, wo die Schiffe da langfahren sollen. Die fahren dann natürlich nicht über Land, sondern nehmen immer den kürzesten Weg. Also ich sag mal, so, Moment, so hätten wir jetzt wahrscheinlich sichergestellt, dass die auf jeden Fall um diese Insel drumherum fahren würden. Müsste einfach mal so ein bisschen experimentieren, ein bisschen ausprobieren, wie das Ganze dann hier funktioniert. Finde ich aber auch ein super Feature und nutze ich relativ häufig eben, um einfach zu verhindern, dass meine Schiffe immer abgeschossen werden. Wenn ihr jetzt eine Handelsroute habt, die ihr gerade mal nicht braucht zu einem bestimmten Zeitpunkt und sagt, boah, die ist mir im Moment einfach zu blöd, die brauche ich nicht, habe ich genug Waren von, die können wir mal kurz pausieren. Dann gibt es die Möglichkeit, hier im Handelsroutenmenü, sieht man das schon, ob die Handelsroute eingestellt ist oder nicht. Jetzt muss ich nochmal zurück da. Also die läuft, hier ist so ein Pausenklopf. Man sieht übrigens hier in der Übersicht auch immer sehr schön, wie viele Schiffe man auf welcher Handelsroute hat. Hier, die funktioniert gerade nicht. Man kann jetzt zu dem Schiff gehen, nee, Zeitung ist mir jetzt gerade mal egal, zu dem Schiff gehen entsprechend und könnte sagen, hier auf dem Knöpfchen Handelsroute aktiv. Ja, sieht man. Man sieht übrigens auch immer unterhalb des Schiffes, auf welcher Handelsroute sich das gerade befindet. Und man könnte jetzt hier draufklicken und die entsprechend pausieren. Dann bleibt das Schiff sofort stehen, macht nicht weiter. Und später, wenn man die Handelsroute dann wieder braucht, kann man das da auch wieder einstellen. Und jetzt sieht man schon hier, da, Achtung, alle Schiffe dieser Route wurden angehalten. Ja, kriegt man dann immer direkt eine Meldung. Wir lassen es aber jetzt weiterfahren. Und abschließend vielleicht noch ganz schnell, wenn ihr eine Handelsroute über verschiedene Welten hinweg bauen wollt, also zum Beispiel aus der alten Welt hier von der Isla YouTube Tutorial in die neue Welt, um dort Baumwolle, Kaffee, Weiß, der Kuckuck was abzuholen. Dann gibt es hier oben die Regionsschaltflächen. Da könnt ihr jetzt hier zum Beispiel in die neue Welt klicken, könnt sagen, okay, hier habe ich meine Insel hier unten, ja, Oedenhausen. Klasse Name. Oedenhausen, da will ich jetzt Baumwolle einladen. Klickt da drauf, klickt dann wieder auf die alte Welt, klickt auf meine Zielinsel und so könnt ihr dann entsprechend auch die Geschichten weltenübergreifend machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und alle Fragen zum Thema Handelsrouten sind jetzt geklärt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann schreibt mir doch gerne eure Fragen zum Thema Handelsrouten noch hier unten in die Kommentare. Die beantworte ich dann schnell und gerne. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben dalasst. Da freut sich auch der YouTube-Algorithmus. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut bis dahin. Und denkt dran, 100 Abonnenten sind das Ziel. Ciao, macht's gut.